Wir fliegen mit gepanzerten Senkreis-Statortransportern aus. Das Flugverbot über Manhattan wurde für diese Operation aufgehoben. Die Air Force wird uns nicht abschießen. Aber die Zeit ist begrenzt, meine Herren. Wir geben sie sich nirgendwie zum Times Square. Wir können nicht auf sie warten. Beteiligung wird 15 Minuten lang aufrechterhalten. Ich wiederhole, 15 Minuten. Danach sind sie auf sich allein gestellt. Oh, Backe, dann geben wir mal Gas. Jetzt rechnet es sogar noch. Ich finde, Regen sieht sogar noch relativ gut aus. Dünngrüter wollen wir mal. Wir haben eine Schraftzeite bekommen. Wir haben jetzt ein bisschen schwer verbunden. Da geärbt. Das volle Programm. Wenn die Chef es dahin schockt, geht es ein Gemätschöner. Ich brauche Zeit, Marie. Wollt ihr? Wieder kommt nur meine Wände. Sie breiten durch. Wollen sie euch? Feuer! 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 Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, nein, 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 nein. leider nicht mehr geschafft. Ach, hier ist wahrscheinlich noch Glas. Sound wach, auf. Schön, Schock oder die Fresse schlagen. 40 Meter. Das war knapp. Auch keine Munzung mehr. Schock oder die Fresse schlagen. Oh mein Gott. 2 auf 2 auf 1 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 9 1 11 1 1 2 2 3 jetzt so hättest ich mir aus ich hab ein ganz mieses Gefühl jetzt wieder Horror für den so hättest ich mir aus dann wird aktiviert so hättest du 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 wenn einer gesteckt war auch als eine Verschwendung haben er wenn das Ende ist wieder im Bergdänzen und aus dem Schauspieler meine Fresse die Saison so viel hat sie vier haben und schon stirbt und er starb Ok, ich bin schon weg. Lass dich zusammen mit Karl Barclay evakuieren. Na ja. Immer ein bisschen. Ich will ja den ganzen Tag nicht hier bleiben. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Puh, gerade noch geschafft. Die werden sehen Gritschetta aus den Schaben. Halig will einsteigen. Was zum Teufel! Schöne Schafia, kannst du noch haben? Wir sind bereits wegen von Kölngrüßen. Sie müssen! Oh, Scheiße. Keine Backlade. Ich muss Ihnen davon wirklich abraten. Wer sind Sie? Jack Hargreave. Kölngrüßen, es ist wirklich kein... Das ist ein Militärkornal. Zeit für Höflichkeit. Sie haben es mit einer Vernichtungsbiowaffe jenseits ihrer Vorstellungskraft zu tun. Sie und ihre Männer sind in 90 Sekunden tot, wenn Alcatraz meine Anweisungen nicht genauestens befolgt. Zyklop 4, Halt! Zur Rücklaufoperationshöhe. Roger. Danke, Kölngrüßen. Alcatraz. Der Speer soll weitere Sporen verbreiten. Aber das System lässt sich aushebeln. Sie müssen daran hochklettern, wie bei dem im HL. Dann machen wir das schnell. Die Sporenexplosion erfolgt in Kürze. In etwa 20 Sekunden. Sie müssen die Sequenz jetzt abschließen. Okay. Einen kleinen Moment nur. Wenn der Anzug auch nur Annäher zu gut geworden ist, wie geplant... Zyklop 4, landen Sie und nehmen Sie uns auf. Au. Ja, uns hat die Namen schon ein bisschen mitgenommen. Ich finde die Service-Safe-Annahmen so cool. Hallo. Wir haben schon mal ganz schön mit einem ersten Freund gemacht. Er wäre auch ein bisschen unbeholfen. Der Speer, Alcatraz. Achten Sie auf den Speer. So, wie spielt ihr eure eigene Milizid, ne? Nicht so toll, lecker, ne? So, ähm... Ihn muss ich schon wiederbeleben. Und der Pinger ist noch nicht ganz kaputt. Er hat nur sehr schweren Schaden erlitten. Hallo. Hi. Komm, schon bewegt dich, Alcatraz. Wirklich, Alcatraz, los. Und Sprung. Halt dich fest. Oh, hallo. Tschüss, Pinger. Puh. Gold, was zum Teufel machen Sie immer noch in der Stadt? Sie sollten evakuiert werden. Glauben Sie, wir hätten es nicht versucht? Sie haben uns überrannt und den scheiß Zug zum Entgleisen gebracht. Auf halber Strecke nach Harlem. Hören Sie mir jetzt zu. Wir müssen zum Prism. Das ist die einzige Hoffnung. Wenn es Antworten gibt, dann hat sie Hargreave. Sie müssen Alcatraz reinschicken und ihn rausholen. Tja. Wie es weitergeht, sehen wir in den nächsten Folgen. Ciao. 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 . Ciao.